Ich werde jetzt den 34. Spieltag der Bundesliga ausgelost mit Dortmund gegen Hertha. Für Hertha geht es nochmal um was, weil sie sind aktuell auf dem 15. Platz, Stuttgart ist auf dem 16. Wenn Stuttgart gewinnen sollte und Hertha verliert hier, wäre Hertha noch auf dem Relegationsplatz. Allerdings denke ich, dass Haim Dortmund das machen kann mit einem 3 zu 1. Wolfsburg gegen Bayern, ganz ehrlich, ich denke, dass Wolfsburg das macht. Bayern hat es bei den letzten zwei Spielen schon ziemlich entspannt angehen lassen und haben beide Spiele nicht gewonnen. Deswegen denke ich, Wolfsburg kann hier gewinnen mit einem 2 zu 1. Leverkusen gegen Freiburg. Freiburg hat noch Chancen auf die Champions League, wenn Leipzig verlieren sollte. Ich denke auch, dass Freiburg das machen kann mit einem 1 zu 3. Union gegen Bochum, da schätze ich einfach Union stärker ein. Sie sind Haim, Haim generell stärker. Das wird ein 3 zu 1. Gladbach gegen Hoffenheim. Ich denke, Gladbach kann das machen. Sie sind ein bisschen besser in Form als die Hoffenheimer. Also eigentlich ungefähr ausgeglichen, aber Haim wird das glaube ich ein 2 zu 1. Stuttgart gegen Köln. Ich denke, Stuttgart wird hier nochmal einen Sieg holen. Sie wollen, glaube ich, nicht in die Relegation. Deswegen denke ich, wird das ein 2 zu 1. Mainz gegen Frankfurt. Frankfurt, denke ich, holt hier nochmal Punkte. Es ist jetzt vor dem Europa-League-Finale für die. Vielleicht wäre es gut, wenn sie jetzt in der Bundesliga auch ein bisschen besser spielen würden, um sich ein bisschen einzuspielen dafür. Eine der wenigen Mannschaften, die danach noch ein Spiel hat. Ich denke, Frankfurt macht das mit einem 1 zu 3. Augsburg gegen Fürth. Das wird nochmal ein Sieg für Augsburg. Fürth wird ja keine Chance haben. Das wird ein klares 3 zu 0. Bielefeld gegen Leipzig. Ich denke, Leipzig wird hier ein bisschen straucheln. Es wird nur ein 1 zu 1. Aber ich denke trotzdem, dass es dann noch für die Champions-League-Plätze reicht. Das war es dann mit der Prognose zum letzten Spieltag der Bundesliga. Also diese Saison. Das nächste Video, das jetzt kommen wird, wird ein Was-wäre-wenn-Video. Hätte ich alle Spiele richtig getippt. Das wird, glaube ich, sehr seltsam aussehen, die M-Tabelle. Seid darauf gespannt. Wird wahrscheinlich dann Samstag hochgeladen. Vielleicht auch Sonntag. Bis zum nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao.